Gardinen und Vorhänge sind ein bedeutendes Element, mit dem man seine Wohnräume individuell gestalten kann. Diese können aber noch viel mehr als nur Ihr Zuhause verschönern. Sie haben viele nützliche Funktionen und Eigenschaften. Sehen Sie selbst! Wer kennt das nicht? Ihr Energieversorger kündigt Ihnen eine heftige Heizkostenerhöhung an. Gardinen helfen dabei, Heizkosten zu sparen. Thermo-Vorhänge wirken wie eine Dämmung vor den Fenstern, denn sie verhindern, dass die kalte Luft von außen in den Raum gelangt und halten die warme Luft im Wohnraum. Somit sparen Sie bis zu 5% Energie. Der Thermostat kann entsprechend heruntergeregelt werden. Das reduziert Ihre Heizkostenrechnung. Auch hier gilt die Regel, je dicker der Stoff bzw. je mehr Stoff verwendet wird, desto größer die Dämmwirkung und je mehr Wärme kann der Stoff speichern. Und überzeugt? Worauf also warten? Den Wohnraum nach eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten und ganz nebenbei noch ein paar der oben genannten Probleme lösen? Umfangreiche Informationen bietet der Fachhandel mit seinen kompetenten Mitarbeitern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017